Ja, ich habe auch das Gefühl, dass das Wort einfach, also im Deutschen auf alle Fälle so eine negative Konnotation hat, dass eigentlich alle sofort zusammenkrampft, wenn sie auch nur irgendwie das Wort Disziplin hören. Das verbinden manche vielleicht mit Diäten und die anderen mit ihrem Sportprogramm und die nächsten mit ich weiß nicht was. Also alles Sachen, wo wirklich niemand sozusagen Freude daran hat und das ist eigentlich schade und ich möchte das irgendwie probieren. Vielleicht noch ein paar mit militärischen Sachen oder so und ich möchte das irgendwie ein bisschen aufbauen und dazu ermutigen, wie wichtig eigentlich das ist und wie einfach auch diese Habits dann werden. Also wir haben schon eine ganze Folge, glaube ich, über das Buch gesprochen, die Atomic Habits, die es einem wirklich sehr leicht machen durch, und das ist der Punkt, durch sehr wenig erforderliche Disziplin, sich durch einige gute Gewohnheiten sozusagen hindurch zu manövrieren über den Tag, also am besten zum Beispiel über eine Morgenroutine, aber auch oft über eine Abendroutine, wo man einfach, wir haben es damals schon erwähnt, Du machst eine Routine und die dockt an die nächste an und die dockt an die nächste an und die dockt an die nächste an und dann hast du halt so eine Stunde irgendwie so ein Programm in der Früh und das inkludiert halt, ich weiß nicht, Zähne putzen, dein Bett machen, dein bisschen Gymnastik machen, vielleicht ein paar Übungen dort, vielleicht ein bisschen meditieren, ein paar Seiten lesen, was auch immer dein Leben halt bereichern soll, vielleicht ein bisschen ans Klavier setzen, dort ein paar taktisch spielen, auf die Arbeit vorbereiten, für die Arbeit was lesen, manche vielleicht E-Mails, je nachdem, also was, das Spektrum ist ja riesengroß und du kannst viele Sachen tun und, aber der Punkt ist einfach, oder du machst sie nicht, ja, und du hängst halt irgendwie auf YouTube, wie, was mein Rabbit Hole ist manchmal, ne, oder andere auf Social Media oder ähnliches, also, und dann, dann kommt diese, äh, wo ist die Zeit auf einmal hin, weil so eine Stunde, auf der einen Seite klingt das immer total viel, eine Stunde, auf der anderen Seite ist es genau nichts, wenn du einfach auf dem Sofa sitzt und dort kurz ins Handy reinschaust, ist es eine Stunde um, so schnell kann man gar nicht schauen. Und da auch wieder diese Ermutigung, das sind Dinge, die sind super einfach zum Umsetzen, das Buch, wie gesagt, können wir nur empfehlen, weil das, das liest sich wie Butter, geht das runter, also, ist total super zu lesen und, und, und man versäumt sozusagen richtig viel, wenn man, wenn man sich nicht dieser positiven Energie von, nennen wir es Disziplin, aussetzt.